hallo und herzlich willkommen zur 344 folge let's play minecraft staffel 6 hier mit Zedek Asius und ihr schaut auf dem Süd-Ösmeiradischen fernsehen wir haben nicht mehr viel ein kilometer zurückzulegen es sind fast glatt fünf kilometer darum wird diese folge etwas länger werden mein Leben freunde in dieser folge werden wir ankommen und diese musik wird uns dabei helfen mir schnell durch den Wald zu sprinten durch den Ufonautenwald wir werden hier unten hier unten hier oben wir laufen in Richtung Norden irgendwo im nirgendwo mal etwas richten wo niemand es weiß da werde ich auch die Koordinaten aufschalten aber das weiß ich wahrscheinlich in drei monaten nicht mehr wenn ich das vor habe zu bauen gut möglich vielleicht finde ich finde ich es auch nie wieder das kann auch gut möglich sein ich bringe rüber woop zack schräg schräg ich bin gerade richtig gut richtig gut bei Laune nicht die Reise zu Ende zu bekommen haben die fünf Kilometer schon unterschritten jetzt werden wir gerade vom Laub aufgehalten was soll das Laub lass mich hier durch zack und zack ist ein an der musik angepasster Laufschritt hier den ich gerade bewältige und auch wenn ich gerade die bekloppte Eichönchen Taktik habe das macht man hier hier ist das Bild hier hier hat man wieder das und im nächsten moment sind sie weg hier zack da drauf ihr habt es gesehen da ist einer weg hier ist er weg und jetzt auch gibt es ja nicht das gibt es nicht warum generiert man dann sowas das ist ein fehler in der matrix ja darum liegen ja auch die blumen hier manchmal einfach nur so rum weil die auf sand nicht wachsen und ich höre ein skelett hier ist nämlich eine große höhe hier ist ganz viele schweinies ich bin hängen geblieben nicht gut habe ich wieder irgendwas eingesammelt ich gehe mal da lang das ruckelt gerade ein bisschen das liegt aber nicht an mir sie gerade wenig am server aber der server läuft eigentlich auf den höchsten einstellungen der müsste doch eigentlich funsen eigentlich so sprach der mann haben wir so gleich überwunden hier weil sie mir da hurra hurra wird diese folge wahrscheinlich ist sehr sehr lang werden oder ich spielte sie doch auf aber ich weiß es nicht ich weiß es einfach nicht haben jetzt noch sechs minuten zeit es ist wieder nacht wird wenn ich jetzt am baum hängen bleibe das ist ja auch nicht gut hier ist ein fluss können wir wegstrecke voran setzen aber nur wenn der geläufig ist aber schon mal meine schaufel parat ja hier durch und ja das haben wir gut gemacht weil hier ist ein ozean das haben wir gut gemacht vier kilometer so eben freunde vier kilometer haben wir noch und das in fünf minuten und das in fünf minuten das wird haarscharf weil ich weiß nicht immer kurz im drück karte auf decken jetzt gibt es so weiter die sekunden schwinden mit jedem meter schwindet die sekunden und ich glaube nicht dass wir rechtzeitig ankommen immer diesen meter stand betrachten und jetzt mal kurz vor uns schauen vor uns ist entweder festland oder insel es schaut die festland aus ich treme kurz ich halte mich rechts sind das da eine einsame insel wenn mich der schein nicht trübt hinten ist kein fluss genau gut dass wir jetzt hier aussteigen und gleich noch ein bisschen erde mitgenommen nicht dein ernst da sind doof nicht euer ernst das ist gar nicht mal so klein aber warum ist die kirche aus koppelstein warum ist das so diesen arbeitslose drauf kommt mir irgendwie bekannt vor kommt mir nicht einmal drücken m drücken c drücken vielleicht war es jetzt eine frage entscheidung wir haben noch drei minuten zeit wir haben jetzt auch drei minuten gebraucht um ein kilometer zurückzulegen aber wir haben schon wieder die nächste marke überschritten und das ist gut das ist ja gut wir müssen einfach immer nur der wolke folgen die ausschaut wie so ein hähnchen bollen das ist wieder festland es ist wieder festland das sind große inseln hohe inseln was ich aber nicht vermute ich halte mich jetzt mal hier auf der seite es war eine gute entscheidung nicht auf der seite zu halten eine gute entscheidung ist es auch gut dass wir wieder festland getroffen haben überhaupt weil es wird jeden moment wieder nacht werden und und um den ganzen ärger zum gehen mache ich das einfach mal so hätte ich eigentlich vor ewig welchen machen können dann haben wir eben in der nächsten folge erst das örtchen erreicht und heute ein bisschen noch ein bisschen mehr wegstrecke zurückgelegt dass man das örtchen schneller erreichen aber nächste folge ist es definitiv zu weit wir sind schon unter 3000 und das ist wirklich nicht sehr weit jetzt haben wir jetzt luftlinie die luftlinie ist jetzt soweit wie die wegstrecke zwischen nordwain und hohenstein ich könnte jetzt mal parallel so ein video laufen lassen wie ich hier so die wegstrecke von nordwain nach hohenstein laufe ob das wirklich so weit ist zumindest von der muss ich mir bemerken vielleicht weiß ich das dann wieder und es ruckelt immer mehr aber so ist so mehr als ruckelt umso näher sind wir dran das ist gut nicht hier an den stein klippen steil klippen auch genannt schaut euch diesen ausblick an so habe ich einen schlechten pink nein das ist gut wenn ich keinen schlechten pinger habe dann liegt es am ist er war zack 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 es wird gleich wieder nacht werden lege ich mich mal schlafen und sage bis zur nächsten folge meine lieben freunde ciao ciao ciao